Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ja, also wir sollten ja herausfinden, wer das Attentat vor ihm... Äh... Wie das Attentat stattfinden soll und bla bla bla. Wir haben uns sozusagen darüber erkundigt und haben so gut wie alle Informationen Tja, wir sollen jetzt sozusagen auf das Luftschiff... Ob wir da jetzt überhaupt reinkommen, ist noch eine andere Frage. Ja, scheint so. Okay, dann schauen wir mal. Hm? Da ist da irgendwas drin, Alter. Gut, dann schauen wir mal. Ja, Welt hat viele wunderschöne Plätze drin. Wir haben ein gutes Plätze gefunden. Verwachen, Karamanu. Verwachen! Verh�et alles! Schau, das! W-w-w-w-w-was? Erh-erh-erh-erh-erh-erh-erh-erh-erh-erh-erh-erh-erh-erh? Nicht, sphäin, nicht! Pozen! Das Essen ist Pozen! Po-po-po-po-po-po-po-po... Sie haben die Tatort verrückt! Wir sprechen von uns! Quick, holt sie! Ja! Ja, so, aber erstmal platte die Fischer hier So Bam Zack So, die Dota haben natürlich keine Chance Quatsch So So Zack So schnell gehen sie auch wieder ab So Bam Hey Geblockt Bis wie Mö Das war selber Klar verfehlt Dann 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 Das Ding nur fragt, die steht doch am Arsch der Welt hier. Bitte warte! Pupunin, was are you doing here? What silly question. It's Pupunin who hire world famous band of gourmet chefs, fire dragons. World famous? Gourmet chefs. Moradain, very insistent, want only very best food for important summit. Kapunin worked wings to bone finding chefs, and now what this? So you mean? These guys are just a bunch of cooks. I did think they were not putting up much of a fight. Then this food is actually... I could eat this stuff forever. What friend doing? Very expensive food now go to waste. Sorry, we really did think they were here to murder someone. Murder? What this nonsense friends talk? I demand compensation. Friends have no idea how much time and money Pupunin spent on this... An explosion? Huh? From where? Oops, that's fine. Hey, what's going on? Explosion in the Haggar. Right when everyone was busy with Queen Rekura's arrival. It's really bad. The Queen is here? This is it. Rex, we need to hurry. Yeah. Hey, 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 wait! Hey! No running away! Compensation! Okay, then it was maybe the big robot. If he's a robot, I don't know. But I can't imagine it. Oh, of course. Who are you, villain? Is this some underhanded Ardainian trick? Wrong! But also right. Truth is complicated. Anyhow, here is where Queen died. If it looked like Queen killed by Mora, dame me in the money again! That voice! Banner, from the Argentum Guild! Correct! Top box for the Queen! But you were unseated as chairman. It's not so easy to get rid of Banner! It's not so easy to get rid of Banner! Trade Guild of our gentlemen belong to Banner, down to last screw, last drop of oil! Hold it, Banner! Ha ha! You! Rex! No! Banner, not let Rex interfere with plants! Again and again! Banner, not stand for this! Masterpun, that artificial blade! It... Rosa! Meh-meh-meh! Tora feel much greater power than before! Especially from mark on forehead! What's going on? Wh-what's that? Ha 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 ha! Even Emperor comes straight to Banner! Convenient little mob to play! Come on, Banner! Cut the bad guy talk and accept you've lost! You know you won't get away with it! What with all these witnesses, you? If Banner simply kills you, you're dead! If we kill everyone, then nobody blijft! Victory of Banner is a shock! You know, we can't let you do that! Ha 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 ha! You think you handle the power of upgraded Giga Rosa? Things go sooovery different this time! DAS glaube ich nicht. Ich weiß schon, wie ich dich plattmache. Die Mucke dazu, Alter. Ich weiß schon, wie ich dich plattmache. Bah. 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 Ah, schon nah dran. Ja. Du bist Misty, Alter. Ich schmeißt das mit mir. Ja, mein Gott. Das war's. Na komm Lian, mach ein Geht doch Auf geht's Haha Wasser Das der Erde eigentlich gut ist Oh, doch nicht? Okay, egal BAM, Bruch Du hast verloren BAM BAM BAM, 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 BAM BAM, 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 BAM BAM, 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 BAM Gut, okay, passt, passt, passt aber noch Aber, jetzt noch, der er hält oder dann Prox Zusatzstasche Oh, cool! So the mercantile genius Banner Meets an inglorious end before my very eyes Banner is Banner is not kind of man to go down like this If I go down, I take you with me Watch out, Egeon! As you wish Uh oh Niall Ardenech, you... You sought to protect us? I'm glad Majestie 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 Your Majestie, please, no! Your Majestie I have failed you Oh shit If he's gone down, he has to be dead Fuck It can't be To protect us You... Please wake up Niall! Niall! Morag Dromach Yes? Distract the others Distract? I'm not sure I... N... No! My lady, you cannot! There's still time Hurry! Yes, my lady There are more of them Where? Where? What'd you say? This way! The rest of you should get to safety Chum! I'm on it! I'm on it! Chum! The rest of you What are you doing, man? Was macht die da, Alter? Hey, wer ist das? Wie ist das? Was ist das? Was hält mir das? Ich bin des festen, Junge. Was bedeutet das, dass du das gedacht hast? Du hast uns alle in eine richtige Tizze gemacht. Meine Entschuldigung. Ich dachte, ich spielte Silhouettes. Ich habe nicht gedacht, dass ich Probleme habe. Hey! Huh? Hey, ihr Leute! Sie hat ihn gerettet, Alter! Wie cool ist das denn? Oh, komm erst mal in der Brust, mein Kleiner. Haha! Haha! Ich entschuldige mich, dass ich mich überrascht habe. Majestät! Es ist... Es ist ein Miracum. Wenn Aegean zurückgebracht hat, ich bin sicher, dass wir dich verloren haben. Honestlich, ihr seht euch als Soldaten. Aber seine Wünsche... Es ist nur ein Geräusch. Nichts wie ich und Dromark können nicht. Du hast... Danke, Nia. Ich weiß wirklich nicht wie... Ich werde dich niemals wiederholen, was du... Oh, nicht schweig. Lass uns nur sagen, dass du mir wohnst. Das wird gut, richtig? Nia... Jetzt bin ich doch schon neugierig geworden, was die Person von dir angeht. Du musst nicht aufstehen. Es ist nur ein Tag. Es ist nur ein Tag. Es ist nur ein Tag. Du musst sie aufstehen. Und schützen sie gegen ihre enemies, bis sie auf Tantal zu erreichen. Du musst die Aegis? Ich habe bereits mit seinem Emiten gesprochen. forgive me your majesty i cannot accept just think about what happened yesterday it would be sheer foolishness for me to leave your side is that so huh i can see it in your eyes it's clear that the aegis or rather that boy has made a great impression on you that's not i am your special inquisitor ensuring your majesty's safety is my only concern to abandon that duty and go traveling is this aegis a driver who cannot even protect himself is no driver at all yesterday's events have made me keenly aware that i have no aptitude for it it will be of more use in your hands majesty the world is changing morag i trust you more than anyone to lend that boy the wisdom and strength he will need i miss it you know lake utel in gormod what remember when the two of us would shake off the servants and go swimming there um yes of course kids from the nearby village would come too good times majesty if more ardain no the whole of all rest could be like that again wouldn't it be beautiful is that my new duty then in truth it should have been you sitting in this chair right now the imperial line has always passed from father to son on the day your majesty was born that's exactly what happened i knew that day would come it came as no surprise you were raised by my father to take the throne of the empire as befits the daughter of my lord uncle andrick and i am grateful for it if not for him i would never have met bridget never have met them i'd have missed out on so much there those are your true feelings a magnificent power resides in you morag power like yours exists to be used you've been tied down long enough follow your heart morag leader i have no words thank you your majesty very well then i hereby accept the task you have assigned to me was sollt das denn jetzt oh ey schon wieder irgendein kack update alter das kann doch nicht sein ey vor allem mittendrin sprengt das hier gleich den ganzen Raden alles das gibt's doch nicht scheiß windows updates haste jenen in letzter zeit echt auf den sack so that's how it is it seems our paths continue to entwine that's awesome news to be honest i was really hoping there was some way you could stick around i was just thinking of asking you myself saved you the trouble did i that you did thanks a bunch morag ach was denn jetzt noch jetzt muss ich auch langsam part bänden so freunde wir beiden der part erst mal an dieser stelle und ich auf er hat euch gefallen wenn ihr einen daumen hoch und falls ihr nichts mehr verpassen wollt gibt mir auf jeden fall ein abo und natürlich die benachrichtungsglocke dabei in den nicht vergessen. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, genau an dieser Stelle wieder. Bis dann. Ciao.